Jetzt geht es um eine verteilungspolitische Bestandsaufnahme. Wo liegen die aktuellen Probleme? Und wir wollen da aus unterschiedlichen Perspektiven mit einem ganz wunderbaren Line-up drüber diskutieren. Branko Milanovic sitzt hier schon. Sehr schön, dass Sie heute da sind. Und ich möchte in alphabetischer Reihenfolge auf die Bühne bitten. Da steht sie schon auf und springt auf. Hallo, Prof. Dr. Jutta Almendinger, Präsidentin, Ihnen allen bekannt, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Hallo. Ganz wunderbar. Schön. Kennen Sie sich? Oder lernen Sie sich heute zum ersten Mal kennen? Nein, auf jeden Fall. Ich wollte es einfach nur wissen. Prof. Dr. Bettina Kohlrausch darf noch mal auf die Bühne kommen. Herzlich willkommen noch mal für die Diskussion. Direktorin des WSI. Wir schleichen uns hier an den Stühlen um. Und ich habe ihn schon erwähnt. Prof. Dr. Achim Truger, Professor für Sozioökonomie mit Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen, einer der Wirtschaftsweisen, also Mitglied des Sachverständigenrats, Wirtschaft der Bundesregierung. Herr Prof. Druger, bitteschön. So. Ich freue mich auf diese wunderbare Runde. Es geht hier schon munter los mit der Diskussion. Das ist ganz wunderbar. Vielleicht zum Einstieg. Also wir haben es heute schon erwähnt. Also ich steige mal so mit allen erst mal ein und dann gucken wir nachher noch mal auf so ein bisschen auf die Schwerpunkte. Wir machen ja jetzt erst mal eine Bestandsaufnahme. Herr Milanovic hat die Übersetzung. Das heißt, ich spreche mit ihm auch auf Deutsch und er spricht mit uns auf Englisch. Und wenn Sie ihn dann auch verstehen wollen, wie eben auch schon, können Sie das Übersetzungsgerät aufsetzen. Also wir leben in der Zeit der Polykrisen. Wir haben es jetzt gerade auch schon mehrfach gehört. Pandemie, Kriege, Wirtschafts- und Energiekrise, Klimakatastrophe. Bitte nicht unerwähnt lassen, um nur die zu erwähnen, die jetzt wirklich die größte Aufmerksamkeit haben. Wir haben gerade auch sehr eindrücklich gehört, dass die Krisen sowohl national als auch global große Auswirkungen haben. Vielleicht an Sie alle die Frage zum Einstieg und wir können einfach so sozusagen auch die Reihe durchgehen. Was glauben Sie eigentlich, was wir aus den Krisen mit dem Blick auf den verteilungspolitischen Aspekt gelernt haben? Was haben wir nicht gelernt, Herr Truger? Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich muss es aber einmal hochhalten. Wir haben gestern das Jahresgutachten dem Bundeskanzler übergeben und hatten auch relativ große Presseresonanz. Das stimmt, ja. Ja, das ist aber immer so. Aber gut. Das ist auch schön so. Ich glaube, zwei Punkte stehen auch in dem Gutachten drin, die wichtig sind. Das eine ist, dass wir leider, und das hat sich auch bei dem Vortrag heute schon gezeigt vom WSI-Verteilungsbericht, wir haben keine guten Daten, also vor allen Dingen keine aktuellen Daten. Das heißt, das war ja der Versuch, das sozusagen rauszuarbeiten. Wir sind bis 2019 gelangt, weil wir uns nur an das SIRP gehalten haben. Und wir haben aber ein großes Datenkapitel, wo wir wirklich die Politik mahnen, dass in Deutschland wir absolut rückständig sind, was die Forschungsdaten angeht. Und auch wenn wir jetzt nicht aktuell Daten sofort immer bekommen, wäre es auf jeden Fall gut, wenn wir zum Beispiel jetzt für 2021 schon mal was sagen könnten. Dann könnten wir nämlich auch sehen, wie Corona eingeschlagen ist. Und wir könnten auch vielleicht schon mehr über die Energiekrise sehen. Ich will vielleicht noch mal sagen, wir haben uns sehr damit befasst im letzten Gutachten, aber ja jetzt auch mit Energiearmut und dem, wie die Energiekrise eingeschlagen hat. Und die hat natürlich vor allen Dingen relativ bei den Einkommen am unteren Ende eingeschlagen. Und das war absolut wichtig, dass die Politik da reagiert hat. Sie hätte viel besser reagieren können, wenn wir da Daten gehabt hätten und das besser hätten identifizieren können. Der zweite Punkt ist, wir haben uns in dem Gutachten dieses Jahr zum ersten Mal übrigens wirklich mit der Armutsrisikokote, die ja auch schon zu Wort gekommen ist, beschäftigt, der Entwicklung. Und die hat ja tatsächlich in Deutschland zugenommen. Und wir haben auch zum ersten Mal, wenn man spricht jetzt für den Rat heute, spricht vielleicht nicht unbedingt für den Sachverständigenrat von vor fünf Jahren oder so, zum ersten Mal diese Verteilungsprobleme ernst genommen und auch gesagt, was hier auch schon gesagt worden ist, dass das ernste individuelle Probleme sind, wenn Menschen am unteren Rand sind, dass das aber auch ernsthafte, gesamtgesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Konsequenzen hat. Und das haben wir uns angeschaut. Das geht auch so weit, wie es sich eigentlich gehört, dass die moderne Literatur rezipiert ist und dass wir auch sagen, dass das bis dahin geht, dass Demokratie am Ende gefährdet ist, wenn die Ungleichheit so stark auseinander geht. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir uns in Zukunft vielleicht auch noch mit den Einkommen ganz oben beschäftigen werden. Aber unter dem Krisengesichtspunkt erstmal ganz wichtig zu schauen, wie haben all die Krisen unten eingeschlagen und was kann man dann tun, um das in den Griff zu bekommen und da zu helfen und die Gesellschaften dann nicht auseinanderdriften zu lassen. Auf einige Punkte gehen wir gleich auch noch im Detail ein. Ich mache jetzt mal mit Jutta Almendinger weiter, weil wir schon Bettina Kohlrausch und Branko Milanovic gehört haben. Deswegen überspringe ich jetzt mal und komme dann zu Bettina Kohlrausch zurück. Jutta Almendinger. Es wurde ja eben ganz schön gesagt, dass die ganze Frage von Armut und Ungleichheit sehr multiperspektivisch ist. Und was wir eben auch an Daten nicht haben, ist die ganze Frage jetzt nicht nur von Klima, sondern natürlich auch von Wohnen und wie sich das auf unterschiedliche Wohnungsmöglichkeiten abbildet, aber auch auf neue Segregationen hinsichtlich des Wohnens. Wir haben uns damit abgebildet, natürlich auch hinsichtlich der Schulmöglichkeiten, die die Personen haben, aber auch hinsichtlich der Verkehrsmöglichkeiten, also das gesamte Mobilitätsverhalten. Das müssen wir meines Erachtens in zukünftige Berichte mit reinbringen, also noch multiperspektivischer, als wir das jetzt machen. Was wir auch zu wenig, glaube ich, es kam da, glaube ich, eine Frage in so eine Richtung, ist, dass wir die Bildungsarmut mehr beleuchten müssen, die gerade, und die Zahlen haben wir, nach Covid doch noch mal ganz deutlich nach oben gegangen sind, also auch die soziale Übertragung von Eltern auf Kinder, also die soziale oder epigenetische Übertragung kann man ja schon fast sagen. Das ist mir wichtig, weil die Bildungsarmut, wenn wir nachher über den Fachkräftemangel sprechen, natürlich eine ganz, ganz große und zentrale Achse ist. Wir müssen meines Erachtens auch dann noch mal mehr über die ganze Frage eines neuen Schnitts in unserer Erwerbsarbeitsgesellschaft sprechen, nämlich jene, dass ich zunehmend unnötere noch in den Daten abgetragen sehe, zwischen jenen, die die Möglichkeit haben, zum Teil zu Hause zu arbeiten und jenen, die eben diese Möglichkeit nicht haben. Das ist ein bisschen mit der Pandemie nach oben gekommen, aber die Ungleichheitsachsen, die werden größer und das Unverständnis der Menschen werden größer. Und dann kommen noch Dinge dazu, die, wenn wir vielleicht nachher in späteren Runden noch mal über Vertrauen und soziale Kohäsion sprechen, dass gerade am WZB zunehmend mehr Studien gemacht werden, die zeigen, dass der Niedergang der Presse, insbesondere der Lokalpresse, unglaubliche Vertrauensverluste hervorrufen und dass unglaubliche Vertrauensverluste interessanterweise auch gerade an jenen Randzonen entstehen, die Dialekte sprechen und die sich mit ihrem Dialekt nicht mehr in der Mitte, also ganz neue Punkte, die die ganze Zeit überhaupt nicht im Spektrum waren, aber die neben einer Einkommensarmut oder neben einer Bildungsarmut noch mal kulturelle Dimensionen aufmachen, die sehr stark beitragen zu einem Demokratieverlust. Und ich glaube, den sehen wir. Ich lasse es mal dabei. Ja, danke. Bettina Kohlrausch. Ja, die Frage war ja auch, ist an, ne? Ja, also was wir aus den Krisen lernen. Und ich hätte gedacht, dass wir, ich bin darauf gekommen, als ich das Abschlusskapitel von dem Buch von Branko Milanovic gelesen habe, dass überhaupt Ungleichheit wieder auf der politischen Agenda steht, ist, glaube ich, was wir in den Krisen tatsächlich gelernt haben. Und man ja schon auch sagen kann, dass also mit allen Abstrichen und Kritik, die wir ja auch an den politischen Maßnahmen immer wieder geübt haben, ja doch ein ganz klares Verständnis dafür waren. Das war nicht immer so, wenn ich an die Finanzkrise denke, dass es gut ist, wenn der Staat jetzt Geld in die Hand nimmt, um das abzufedern. Das ist ja für bestimmte Gruppen auch vergleichsweise gut gelungen, für andere nicht. Also Frauen zum Beispiel. Könnte man sagen, hat man was gelernt? Erstaunlicherweise führen wir die Debatten ja jetzt trotzdem wieder. Also offensichtlich hat man es nicht gelernt, obwohl man eigentlich was richtig gemacht hat. Und es hat offensichtlich auch nicht gereicht, weil wir natürlich in Gänze eine Zunahme von Ungleichheit haben und eine Zunahme und auch Verfestigung von Armut. Und ich glaube, dass diese Ungleichheit Thematik auf der politischen Agenda gestanden hat. Also es gibt ja auch eine Perspektive auf Gesellschaften, die sagt, Gesellschaften brauchen Ungleichheit, damit überhaupt, also das ist sozusagen Ergebnis eines meritokratisch organisierten Gesellschaft, weil das motiviert die Leute überhaupt erst irgendwie Leistung zu bringen und so weiter. Und ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was getan, aber gleichzeitig erlebe ich da wieder, dass die Debatte sich auch so ein bisschen dreht oder dass sich zumindest das nicht umübersetzt in politische Maßnahmen, weil wir im Gegenteil gerade jetzt wieder große Diskussionen darüber führen, also ob und wenn wie gespart werden muss im sozialen Kontext. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ja trotzdem die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, nicht gereicht haben eigentlich, um Ungleichheit maßgeblich zu beseitigen und das eben Gesellschaften, auch demokratische Gesellschaften, eben auch stark destabilisiert. Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen? Was interessanterweise jetzt auch auffällt, viele würden wahrscheinlich das Wort interessanterweise streichen, ist, dass wir wieder einen Faulheitsdiskurs hier haben. Dass der mit einer Zunahme der sozialen Ungleichheit wieder mit aufkommt, dieses, ja, wir haben hier diese Sozialschmarrotze, ja, die leben, wir haben keine empirischen Evidenzen dafür, dass Migrantinnen oder Migranten durch das Bürgergeld beispielsweise weniger Arbeitsbereitschaft haben. Oder Alleinerziehende durch die Kinder und Sicherung. Und Alleinerziehende, dieser Faulheitsdiskurs, der ist schon bemerkenswert, das ist das eine. Und zum anderen haben wir auch gelernt, dass die Mobilizierungsmöglichkeiten von reichen oder sehr reichen Leuten wesentlich größer sind als die Mobilisierung und die Mobilisierung für die geringer Verdienenden. Das war eine schöne Debatte, die ätzend war, aber ich meine, sie war schön, um jetzt mein Argument zu unterlegen, als es um das Elterngeld ging, wo auf einmal Verena Paus da mit ihrem Leutchen, also wir müssen doch bis nach oben gehen, 600.000, 700.000 Stimmen zur Fahrt hatte, während als es dann um die ganze Frage geht, des Startchancenprogramms, die mehr als notwendig ist im Bildungsbereich, man eigentlich überhaupt nichts an Stimmen sammeln konnte. Die zwei Dinge, die muss man, glaube ich, auch noch dazu tun. Ich habe sie eben vergessen, deshalb musste ich mich da nochmal reintrennen, sorry. Ja, gerne. Branko Milanovic, Bettina Kohlrasch hat gerade gesagt, also dass wir uns überhaupt auch wieder mit dem Thema Ungleichheit beschäftigen, ist ein Lerneffekt. Wie sehen Sie, dass Sie beschäftigen sich jetzt schon auch wirklich seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema? Beschäftigen wir uns immer wieder einfach nur und stellen fest, aha, es gibt Ungleichheit und sie verändert sich vielleicht aufgrund von externen Einflüssen oder lernen wir wirklich über das Thema Ungleichheit auch vorausschauend, also jetzt mal unabhängig von den nicht planbaren Krisen, die es gibt, aber lernen wir auch tatsächlich über Ungleichheit, um sie zu verhindern, historisch gesehen? Oh, come here. You have to do nothing. It's, it's... Oh, okay, great. That's excellent. I love to do nothing. So, I will be very brief on this. Let me first say that actually what Bettina mentioned about the hardening of poverty is a very important point because when you look at the panel data, if you have the same households actually remaining in poverty year after year, this is obviously a huge social and political problem. I would quote, I recently, anyway, I quote, I would quote Josef Schumpeter who actually dismissed a little bit the importance of inequality by saying, you know, inequality is like in a hotel. You have people who live on the fifth floor, fourth floor, third floor, and then they kind of move. One night they, from the first floor they go to the fifth and others go to the fourth. But if people on the bottom floor remain there for all the nights, then of course it is a big problem. Secondly, I just want to remind the audience and all of us that when we speak of inequality and equality, inequality is not a binary choice. It doesn't mean that we wish to have everybody the same income. You know, this is not zero-one. It is actually different levels of inequality. I like to compare it with the temperature. If we say, let's suppose on a day in the summer it's very hot, we thereby don't say that we would really like to be in Siberia tomorrow. You know, the point is we would like to have an optimal temperature, which means an optimal level of income inequality. Now, what it is, of course, it depends on the country, history, and so on. But when we argue for less inequality, we do not argue for everybody having the same income. So let's be clear on that. And my final point about the phenomenon that I've noticed as part in my previous book in the U.S., and then with some other researches, I've done it for other countries, including Germany, is the following. That's about the top of the income distribution. We find more and more people in the top decile in Germany who actually are both, they are families, who are also in the top decile as wage earners and the top decile as capitalists in terms of capital income. We called it homo plutia. I mean, we put up together the Greek words, the same wealth. In other words, they are wealthy in labor and capital. This is like a new class society, which is very different from the old class society when you had capitalists on the top, but capitalists didn't have labor income. And I think there is an issue there of transmission of advantages, especially through the educational system that then goes over families and it's very difficult to fight. And if you combine that with persistent poverty and the issue of immigrants and others, you basically end up with a three-partite society. These people on the top who are unassailable, people in the middle and those who are just left out. And I think this is actually a problem in a nutshell in many of the western societies. Herr Truger, ich will auch noch mal auf die Erkenntnisse aus Ihrem Gutachten zu sprechen kommen. Da waren ja durchaus einige interessante Punkte dabei, also gerade was das Thema Verteilungskonflikt zwischen den Generationen angeht. Also im Prinzip verbirgt sich da ja auch die Frage sozusagen nach einem neuen Generationenvertrag dahinter, was auch verteilungspolitische Aspekte hat. Renteneintrittsalter anheben, also Sie diskutieren das ja alles vor dem Hintergrund, dass nicht nur die Bevölkerung altert, das haben Sie gesagt, sondern auch die industrielle Basis unseres Landes altert. Was sind denn so für Sie die verteilungspolitischen Knackpunkte oder wo haben Sie vielleicht auch am meisten Bauchschmerzen gehabt, bei welchen Punkten, die Sie gestern kommuniziert haben? Also ich muss das jetzt hier nicht sozusagen neu offenlegen. Ich habe ein ausführliches Minderheitsvotum geschrieben, genau zu der Frage der Rentenpolitik, wo ich tatsächlich glaube, Das hat vielleicht noch nicht jeder gelesen. Ja, nee, nee, aber der Punkt ist, was die Mehrheit bei der Rente macht, ist, dass sie die gesetzliche Rente im Grunde sehr stark massiv zusammenkürzen möchte. Und zwar, also die fast ist die Anhebung des Renteneintrittsalters, die vergleichsweise sanft ist, verglichen mit früheren Gutachten, ist fast noch harmlos, aber es werden verschiedene Stellschrauben diskutiert und wenn man die alle zusammenpackt, dann sind wir am Ende bei einem durchschnittlichen Sicherungsniveau, das jetzt ja noch bei ungefähr 50 Prozent liegt, perspektivisch eher in die Mitte 40 rückt, aber dann wären wir bei 35 Prozent und dann wird das irgendwie garniert sozusagen durch Umverteilung innerhalb der Rente, die übrigens aber nochmal zur Ausgabendämpfung, also nochmal zu einer Rentenkürzung genutzt wird und es wäre de facto so, dass Menschen mit durchschnittlichem Einkommen, also ab 43.000 Euro brutto pro Jahr, alles was darüber hinaus verdient wird, würde dann in dem System nur noch halbe Rentenpunkte kriegen, das heißt man hätte eine massive Umverteilung in dem System, man würde damit Altersarmut einhegen können, aber die Idee von Lebensstandardsicherung, die ja auch wesentlich zur Inklusion und all das dazugehört, die würde eigentlich aus der gesetzlichen Rente komplett verschwinden und das ist das, was mir natürlich da Bauchschmerzen macht und dann muss ich ehrlich sagen, also dass man irgendwie ergänzend Kapitaldeckung macht, ist in Ordnung, aber sozusagen dann Versprechen zu machen, dass man dann mit sehr hohen Renditen auf 70 oder 80 Prozent Sicherungsniveau kommt in vielen Jahrzehnten, das ist schon ein bisschen heikel und das sind so Punkte, die mich da beschäftigen. Ich würde euch nochmal sagen, weil wir bei den Diskursen waren auch und Frau Almeninger hat gesagt, es deutet sich so eine gewisse Diskursverschiebung jetzt an, dass wir wieder über Faulheit und sowas sprechen. Ich bin mir eben nicht sicher, wie im Augenblick die Situation ist. Diese Krisen, die sind so eingeschlagen, also erst Corona, dann dieser Krieg, die Energiekrise, das war selbst aus konservativer, ökonomischer Sicht nicht zu leugnen, dass das Krisen waren und da musste sozusagen notfallmäßig was gemacht werden. Und ich glaube, wir sind im Moment an dem kritischen Punkt, wo sich viele zurücksehnen, also gerade aus ökonomischer Sicht in sozusagen die gute alte Zeit, wo man die alten Ratschläge immer geben konnte, wo die Krise einfach erledigt war und wo man dann sich mit Verteilung und verschiedenen Sachen nicht mehr so beschäftigen musste. Und das droht aus meiner Sicht im Augenblick auch so ein bisschen, dass wir dann sagen, ja, wir müssen mal wieder auf die mittlere und die lange Frist gucken. Wir haben im Moment aber eine akute Krise. Eine Verteilungskrise sowieso werden wir in den Daten dann noch sehen, aber Deutschland ist nicht aus diesem Konjunkturteil raus. Da droht noch viel. Und wenn wir jetzt hier nicht, also das ist sozusagen die gute Nachricht, dass man kann da jetzt, wenn man massiv gegensteuert, kann man da rauskommen und dann ist es für alle gut. Aber wenn man jetzt das nicht tut, ja, dann befürchte ich, gleiten wir in so eine Stagnation, die dann auch verteilungsmäßig sich wieder sehr schlecht auswirkt, mit all den Diskursen, die sich dann entzünden, sozusagen mit so einem Rücken zur Wand stehen und dann kommen plötzlich wieder radikale Ideen hoch und dann sind wir auch wieder bei Sozialkürzungen und anderen Punkten. Also das ist sozusagen meine Befürchtung. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie virulent das schon ist, aber das ist das, worauf man sich vorbereiten muss und wo man, glaube ich, auch wirklich gegen anargumentieren muss. Und was ja bei Ihrem Bericht, was im Verteilungsbericht auch sozusagen die ganze Zeit eigentlich, also zumindest in meinen Ohren auch mitschwingt, ist, es geht sozusagen auch um die Zukunftsgestaltung. Wir sprechen zwar jetzt auch in einer Bestandsaufnahme, es geht ja um die Frage, wie kraftvoll gehen wir in sozusagen eine Zukunft, die jetzt von diesen Krisen geprägt ist und welche Rolle spielt da sozusagen auch die Frage von Verteilung und wer hat welche Kraft, sich sozusagen auch einzubringen. Also wie blicken Sie, Bettina Kurrausch, Jutta Almendinger, auch auf das, was jetzt in dem Bericht sozusagen verteilungspolitisch drinsteckt? Bettina. In welchem? Jetzt in dem... Das, was Achim Trugau jetzt gerade auch gesagt hat. Ja, also ich teile vor allen Dingen also seine Einschätzung der gegenwärtigen Situation und ich finde auch den, also den Hinweis auf die Ressourcen, die Menschen brauchen oder auch eine Gesellschaft, da ist eine Dimension natürlich die Verteilung von Einkommen und damit stattet man Menschen natürlich mit individuellen Ressourcen, also eine ganz wichtige Ressource ist Bildung, aber es gibt auch sowas wie soziale Infrastrukturen und da geht es ja auch um die Finanzierung. Ja, also zum Beispiel, also wenn, weil eine Ungleichheitsdimension, die wir jetzt noch nicht so benannt hatten, ist die Geschlechterdimension und das hat sich sicher zugespitzt durch die Corona-Krise und zum Beispiel ist natürlich sowas wie Kinderbetreuung eine Infrastruktur, in der ganz viel an sozialer Integration passiert, also einerseits, es ist ja immer noch Hauptaufgabe der Mütter, sich Kinder zu betreuen, also es entlastet die, aber da kommen eben auch Menschen zusammen in einem Bildungssystem, dass das so gut ist, dass alle gesellschaftlichen Schichten da ihre Kinder hinschicken wollen, das heißt, da findet Zusammenkunft statt, es gibt soziale Orte, genauso wie, was weiß ich, also wenn es, also von öffentlichen Schwimmbädern bis hin zu Jugendclubs, ja, also das kostet eben Geld und das sind, glaube ich, auch Ressourcen, also sind erstmal Infrastrukturen, in denen sozialer Zusammenhalt entsteht und das wiederum ist eine Ressource, die Gesellschaften brauchen, um durch die Krisen oder durch die Transformationsprozesse, die da vor uns stehen, auch gehen zu können. Ich kann das nur unterstützen, dass wir eigentlich gerade in diesen Zeiten, wo eine Krise die andere jagt und wo wir ja nicht davon ausgehen können, dass es plötzlich zu Ende ist, das hast du genauso auch gesagt, also genau das verlangt ja, dass wir eine Politik fahren, die auf die Zukunft geht und von daher war ich ja schon enttäuscht, dass es beispielsweise dieses Sondervermögen für Bildung nicht gibt, als etwas, was in die Zukunft ausgerichtet ist, dass es eben nur diese 4000 Schulen, man kann sagen, das ist super, dass dieses Stadtchancenprogramm 4000 Schulen hat, aber dann auch mit den, mit der ersten Säule, mit den Investitionsprogrammen für die Schulen, das ist etwas, was mit der Zeit erst wirkt, es ist gut, dass man das macht, aber man müsste da viel entschlossener angehen, dass wir tatsächlich mit diesem Zehnt oder mit diesem Fünfzehnt der Bildungsarmut endlich mal Schluss machen, dass wir viel stärker auch in eine entschlossene Weiterbildung gehen, dass wir viel entschlossener die duale Bildung, die universitäre, die Fachhochschulbildung öffnen, auch für die mittleren und älteren Jahrgänge. Das ist das, was wir brauchen, um unsere Leute auf die Green Economy vorzubereiten, auch auf die zukommende Digitalisierung und die Veränderung der Berufe. Wir haben ja dieses Horrorszenario eigentlich hinter uns, dass wir ganz viele Berufe verlieren. Wir verlieren Berufe, aber neue kommen und darauf sind wir nicht vorbereitet und dass wir jetzt letzte Woche sagten, gut, also jetzt müssen die Asylanten noch sechs Monate warten, bis sie in den Arbeitsmarkt kommen, dass wir da nicht ein bisschen mutiger sind und sagen, das muss noch viel früher kommen, weil das die Möglichkeit ist der Integration. Wir brauchen die aufgrund der demografischen Veränderungen. Also dieser ganze Blick in die Zukunft und was tun wir heute, damit wir diese Ungleichheiten oder diese unterschiedlichen Auswirkungen von Krisen auf unterschiedliche Schichten der Bevölkerung ein bisschen zumindest abpuffern. Das fehlt mir schon in der Diskussion. Und das immer mit der Schuldenbremse dann verbunden, das ist wirklich ein ganz großes Problem, welches ich sehe, sodass wir eigentlich durch so eine Politik die Ungleichheit zwischen den Generationen noch beschleunigen, anstelle, dass wir sie mindern. Achim Truger und dann würde ich meine Frage nochmal an Branko Milanovic richten. Ja, ich wollte vielleicht noch ergänzen. Also ich glaube, einmal wenn ich auf so einem interdisziplinären Podium sitze, wird mir nochmal wieder bewusst, wie eng selbst ein erweiterter ökonomischer Ansatz ist, den wir haben. Also da glaube ich, können wir uns noch ganz viel abschauen oder gibt es ganz viele Kooperationsmöglichkeiten. Ich will nochmal sagen, ich glaube, dass sich die ökonomische Sichtweise jetzt im Sachverständigen, aber auch wirklich in der Breite der wirtschaftspolitisch beratenden Disziplinen, sagen wir mal so, wirklich verschoben hat. Also dass da im Bildungssystem, also gerade was da bei Corona an Problemen entstanden ist, welche Leute da zurückgelassen wurden und dass das aber auch ein Dauerproblem ist, die man sich dauerhaft stellen muss, dass die Kinderbetreuung lückenhaft ist. Also all diese Dinge sind, glaube ich, vollkommen angekommen und deshalb findet sich standardmäßig mittlerweile schon auch immer die Aufforderung, daran was zu tun, das zu verbessern. Das ist sozusagen die sehr gute Nachricht. Da könnte ich jetzt noch viel mehr sagen, auch die Geschlechterperspektive wird gesehen. All das ist prima. Ich finde es auch toll, dass das Ehegattenspilling beispielsweise da jetzt drinsteht. Das hatten wir auch. Das war jetzt... Naja, hatten wir vor zwei Jahren. Nein, nein, aber immerhin. Also ich würde dem ja zustimmen. Die Frage ist nur, wie wird es dann in den Vordergrund gespielt oder übernommen? Ja, also wir haben es diesmal sehr ausführlich drin. Aber, das ist das Positiv alles, das aber, bin ich auch ganz froh, dass ich nicht unbedingt der Erste bin, jetzt wieder die Schuldenbremse ausspricht. Es gibt natürlich diesen offensichtlichen Widerspruch. Auf der einen Seite diese Ansprüche zu formulieren und diese schönen Ideen zu haben, aber dann letztlich doch davor zurückzuschrecken, Zahlen zu nennen, aus der Angst heraus, dass man dann ja auch sagen muss, wo man das Geld hernimmt, wie viel es dann ist und wie man es aufbringt. Und das ist eben etwas, was in Deutschland diese ganzen Debatten ungemein hemmt. Dabei geht es ja gar nicht um gigantische Dimensionen und man könnte sich, man könnte sich da, ich weiß noch nicht mal, ob man so ein Sondervermögen bräuchte. Wenn der Wille da wäre, könnte man selbst im Rahmen der Schuldenbremse eine Menge mobilisieren und könnte da einen richtigen Anschub geben. Das würde massiv etwas ändern. Aber da ist es dann eben, wo sich niemand traut. Und da kann sich die Politik dann auch sozusagen selbst blockieren. Herr Milanovic, wenn Sie jetzt diese Diskussion sozusagen, diese deutsche Diskussion auch zu dem Thema hören und Sie haben ja oder wir haben vorhin in der Vorstellung des Verteilungsberichts auch von einer sich verfestigenden Armut in Deutschland gehört und den Auswirkungen wohlgemerkt in einem der weltweit wirtschaftsstärksten Länder, in dem wir leben. Wie interpretieren Sie das im internationalen Vergleich und welches, Sie unterscheiden ja verschiedene Konzepte von Ungleichheit, je nach Zeit und Ort. Was würden Sie für eine Überschrift sozusagen auf unsere Diskussion hier setzen? Obviously, my comments are much more general because I don't know the specifics of the German case, but let me put it like things in a sort of, how should I say, kind of seeming contradictions. Germany is among the richest countries in the world and Germany is often considered as an exemplar of social policies and even if you look at a static picture of inequality in Germany compared to the rest of the world, it is fairly good. It's not phenomenal, but it's fairly good. However, I had the impression before coming to Germany simply from reading and I have German friends and I've been here several days and I have to say that I've noticed, I wrote to my friend yesterday about that, what I might call the German malaise. And I think it's it's very clear, it seems to me in different circles as well. And that seems to me to be the result of Germany being at the intersection of several dramatic developments. The first one was COVID, where of course was handled, mishandled first badly. On the other hand, it has to be said Germany produced with Moderna, I forgot the name of the vaccine, but the only one that was biotech, yeah, the modern vaccine, which actually is a technological achievement. But then nevertheless, there was a COVID as an issue and we mentioned also now the dividing line between people who can work out of home and people who have to show up like service sector, people who want to have to do five jobs and so on. So that was COVID. But then there was the energy crisis, which was the result of the Russian war, which was unexpected and had significant impact on Germany because of the obviously reliance of Russian oil, which in many sense and gas made lots of sense because Germany is in industrial power, Russia is an exporter of natural oil and gas. I mean, what's better? Then the third one, which in my opinion was unnecessary, is the trade war between China and the US, which of course affects, as you know, Germany, because I think China is the largest export market, Germany exports there a lot, relations have deteriorated. So all of these are really significant shocks and there may be more to come. And I think they all have domestic implications on obviously price of energy, employment, type of employment, food prices, exports. So it is a very difficult situation despite what I said at the very beginning of Germany being both perceived as a very socially advanced country and being objectively very rich. May I ask back? But many of those things which you just raised about Germany also refer to France or to other European states. So what is the German malaise? Is it still the German angst or is this the German lack of courage or what? I don't think it applies fully. It's a difficult discussion, but I don't think it applies as much to France, at least in in two areas. The French dependence on the Russian energy was less and the French dependence of some extent to Chinese exports was less. So these two elements, I think, were less present in France and in Germany. Also so wie wir jetzt hier auch über das Thema Ungleichheit und Verteilung sprechen und aus dem Verteilungsbericht ging es ja auch davor, die große Sprengkraft, die auch da drin steckt. Also das und es wurde vorhin auch schon angesprochen, was resultiert sozusagen auch aus diesen Verteilungsfragen, aus Ungleichheitsfragen und ein bisschen kommt es ja im Gutachten der Wirtschaftsweise auch vor, die Frage, was hat das für gesellschaftliche und politische Konsequenzen und eigentlich lässt sich daraus ableiten, auch so wie Sie jetzt hier darüber diskutieren, Ungleichheit geht nicht nur die an, die es betrifft, sondern uns alle, weil es sozusagen auch unsere Gesellschaft in Gefahr bringen kann, weil es dazu führt, dass sozusagen auch Vertrauensverluste in staatliche und demokratische Strukturen damit einhergehen. Ist das nicht ein Punkt sozusagen, wo noch viel mehr Möglichkeit oder Erklärungspotenzial liegt, diese Zusammenhänge herzustellen, um auch mehr Aufmerksamkeit für das Thema Ungleichheit und Verteilungsfragen zu generieren sozusagen, weil es eben nicht nur die betrifft, die es betrifft? Bettina Kohlrausch, kommt die? Ja, ich denke eigentlich schon, aber dann wiederum erlebt man es ja auch anders. Also ich versuche schon immer zu argumentieren, dass, also eigentlich ist ja das, was Achim Truger gesagt hat und ich weiß nicht, ob man sagen könnte, dass das vielleicht auch ein Teil, also so ein deutscher Sonderweg ein Stück weit ist, dass wir nicht bereit sind, die Ressourcen, die in unserer Gesellschaft sind, wirklich zu mobilisieren und diese Verteilungsfrage ja letztlich zu stellen. Also ist das Geld, also man könnte ja, wenn man wollte und die interessante Frage ist ja wirklich, warum eigentlich nicht? Weil eben genau darum geht es, also es geht darum, eine Gesellschaft nachhaltig zu stabilisieren und jetzt Menschen mit individuellen, aber auch, ich sage mal, kollektiven Ressourcen auszustatten, damit sie die Wandlungsprozesse, die ja erst noch kommen, also Bildung zum Beispiel, wenn man sich überlegt, was die sozial-ökologische Transformation an Herausforderungen für Menschen mit sich bringt oder die Digitalisierung an Herausforderungen, einen Job zu wechseln, sich weiter zu qualifizieren, zu erleben, dass man etwas gelernt hat, was an Wert verliert, das ist, wir haben über Anerkennung gesprochen, das sind Verluste sozialer Anerkennung, all das werden diese Menschen in Zukunft erleben müssen und ich verstehe nicht und es ist für mich auch ein ganz zentrales Argument zu sagen, wenn wir die Menschen jetzt nicht mit Ressourcen ausstatten, um da durchzugehen, werden wir am Ende alle verlieren und dann wählen die auch nicht mehr Christian Lindner, um das mal in dieser Deutlichkeit zu sagen, ja, das heißt, also diese Politik schadet sich auch wirklich selber und destabilisiert letztlich das ganze demokratische System. Man kann es immer nur wieder in dieser Deutlichkeit sagen und hoffen, dass es irgendwann verfängt, dass es wirklich, also die Nachhaltigkeit wirklich sehr, sehr existenziell ist, um die es da geht, wenn wir jetzt die Ressourcen mobilisieren. Naja, wir müssen ja dazu sehen, dass auch viele Gelder abgezogen worden sind, also wenn man mit der Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise spricht und sieht, was da weggenommen wurde, wenn man mit kleinen Verbänden spricht, die die lokalen tatsächlich Träger des Zusammenhalts von Nachbarschaften und so weiter und so fort darstellten, da bricht natürlich auch auf dieser Seite etwas weg. Das heißt, wir haben nicht nur eine steigende Verteilungsungleichheit, sondern wir haben auch eine steigende Ungleichheit in der Aufmerksamkeit, die unterschiedlichen Schichten zugute kommt. Und diese zwei Dinge zusammengenommen, glaube ich, führen dann dazu, dass wir wirklich, auch wenn Steffen Mauer und andere das eher als Triggerpunkte darstellen, tatsächlich zu Polarisierungen beitragen werden. Achim Truger. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob, also erstmal, vielleicht ist der Verteilungsbericht auch noch gar nicht richtig gewürdigt worden, den Dorothee Spanner vorgestellt hat. Das ist ja ein Beitrag dazu, genau die Risiken und die wirklich gesellschaftliche Relevanz zu verdeutlichen. Das ist ein wichtiger Debattenbeitrag und davon gibt es ja eine ganze Menge. Und ich glaube, dass, also jetzt haben wir, man muss ja mahnen und warnen und muss gucken, was schief gehen kann. Aber wenn man jetzt vergleicht die Situation von vor fünf Jahren oder von vor zehn Jahren, dann ist das Bewusstsein für Verteilungsfragen viel größer. Die Datenlage ist zwar schlecht, aber sie ist viel besser. All diese Dinge, diese gesellschaftliche Relevanz, das diffundiert. Also das heißt, da passiert eine ganze Menge. Und ich glaube, dass man jetzt einfach das mitnehmen muss. Und sich jetzt nicht schon vorab sozusagen klein macht und sagt, was kann schief gehen in der Debatte. Das sind starke, nee, nee, ich meine nur, das war jetzt, oder vielleicht rede ich da mit mir selbst, kann ich mir selbst sagen. Falls sich irgendjemand angesprochen fühlt, ist das auch gut. Also das glaube ich, dass man kann das kraftvoll und mit Selbstbewusstsein vertreten. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Optionen werden von vielen aufgezeigt. Man kann da ganz viel machen und man muss halt einfach jetzt gegen diese sich abzeichnende Kürzungspolitik auch in den öffentlichen Haushalten. Da muss man wirklich massiv dagegenhalten. Das Problem ist eben, dass das jetzt so schleichend passiert. Da waren noch ein paar Reserven. Jetzt geht es beim Haushalt 24, wird ein bisschen gestrichen, aber es sieht noch nicht so dramatisch aus. Und die Perspektive wird immer schlimmer. Und da muss man jetzt eben dagegenhalten. Das ist einfach, es ist vollkommen ökonomisch nicht nötig. Und man sollte jetzt genau das Gegenteil tun. Das ist halt die klare Botschaft dabei. Ich bin ja auch gar keine Pessimistin, also überhaupt nicht. Aber das bewundere ich jetzt ja schon, dass du das dann doch so positiv konnotierst, dass sich da einiges getan hat. Man könnte natürlich auch umgekehrt sagen, dass viele Themen schon seit 20, 30 Jahren auf dem Tisch liegen und immer noch nichts sich getan hat. Und dass man eigentlich viel mehr Unmut äußern müsste und sich fragen müsste, wie bekommt man diesen ganz anders solidarisiert und natürlich auch im Sinne von so einem Änderungsmovement dahin. Und das sehe ich überhaupt nicht im Moment. Stichwort Solidarität. Branko Milanovic, nochmal vor dem Hintergrund auch Ihrer jahrzehntelangen Expertise, was globale Verteilungsfragen angeht. Und ja auch wir immer wieder sehen, wie entscheidend die Interdependenzen sozusagen sind, die sie ja auch heute aufgezeigt haben. Wo gibt es denn sozusagen auch die Frage von Solidarisierung oder wo vermissen Sie die Frage von Solidarisierung, um sozusagen zu einem gemeinsam größeren Wohlstand sozusagen zu kommen, der nicht ein Nullsummspiel letzten Endes wird? Well, let me just refer to what was said before. I too in principle, I'm not a macroeconomist, but I too in principle are against, I'm against policies of austerity to some extent, especially when they are not absolutely indispensable. But, and I don't think they are indispensable in this case, because what they do actually, they generally increase inequality and they lead to polarization and they lead to then other political sort of outgrowth from that. So I'm generally not, this is not my area, but I simply notice that they have negative impact on income inequality and then on solidarity that you mentioned. But then when it comes to solidarity, international solidarity, then the situation becomes very, very difficult. First of all, we have all this discussion in Germany, which is a rich country and there are significant problems that people left behind and so on. And then you say, okay, so what can Germany on top of that do for the rest of the world? Now, we have seen Germany accepting immigrants from Syria, now Ukraine. And then I bring up Africa. And it is true that Africa is very close to Europe. It's a huge potential issue. But it's not very clear what can be done, nor is it very clear how far the solidarity can go. And I'm really a little bit at a loss here. I do believe that the European Union should have really sort of an Africa policy. I know they have, you know, meetings and things like that. But I think that actually it is a very pressing issue. And when I say Africa, I mean the Middle East and Africa together. And Europe has to take, I think, a lead on that and not simply sort of go from time to time and lecture people. I think it's really a question of the 21st century. We are not going to solve it this year or next. But I think it's like a secular issue of Europe and Africa. We are not going to solve it. in terms of working and working and working and working and working there, there will be a lot of influence in the future. Will that have a impact on the Verteilungsfragen? Kurzfristig vielleicht nicht. Mittelfristig wird das eine Auswirkung haben? Ich gucke mal in die Runde. Also, ich hoffe schon, dass es zumindest eine Auswirkung hat auf die Verteilung von Möglichkeiten zwischen Männern und Frauen. Weil wir ja doch sehen, und das steht ja auch in diesem Gutachten ganz deutlich, drinnen, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen sich deutlich erhöhen kann und dass dadurch auch die Produktivitätsgewinne deutlich sein können aufgrund der hervorragenden Ausbildung von Frauen. Dass wir aber immer noch eine viel zu große Ungleichheit haben hinsichtlich der Zeit, die Frauen aufwenden für die Pflege und für die Kinder im Vergleich zu Männern. Also nicht, was die Pflege insgesamt, das braucht man. Das braucht man auch angesichts dessen, dass wir ja bei Weitem nicht genügend andere Möglichkeiten haben, gerade für eine älter werdende Gesellschaft. Und wir ja auch nicht die Kinder einfach irgendwo lassen können. Also selbst wenn wir ein besser ausgebautes Infrastruktursystem hätten, für Kinder wollen wir ja auch Zeit mit ihnen verbringen, nur dass die Zeiten einseitig verteilt sind. Also wenn wir auf Verteilungsfragen gehen, diesbezüglich lässt sich natürlich viel machen in der Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen oder mit einem vollkommenen Shift in der Betrachtung, für welchen ich einstehen würde, nämlich von einer Erwerbstätigkeitsgesellschaft zu einer Tätigkeitsgesellschaft, wo wir tatsächlich alle Tätigkeiten als produktive Tätigkeiten ansehen. Und das würde eine ganze Menge an Unterschied machen. Das würde auch Ungleichheiten wahrscheinlich zwischen Einkommensschichten wegnehmen, weil wir ja im Moment auch was das Geburtenverhalten, und das war ja auch eine der Fragen, die im Vorfeld da gegeben haben, das entwickelt sich ja auch weiter ungleich. Und wir sehen ja eher eine Abnahme. Und diese Abnahme ist sozusagen dann wieder populationsspezifisch. Und dieses alles zusammenbringen, glaube ich, haben wir da schon ganz viele Möglichkeiten, wenn wir endlich mit ein paar strukturellen Rahmenbedingungen, die natürlich dann auch kulturelle Zuweisungen von Mütterrollen und Väterrollen verändern werden, endlich ernst machen. Und da ist die Zeit überreif. Ich meine, wir sind da ja ein Relikt. Auch wenn man jetzt auf andere europäische Länder schaut, sind wir ja sowas von hinterher. Das ist ja unglaublich. Kommt sowas an? Also ich meine, mit Ihrem Bericht, den haben Sie ja nun der Bundesregierung übergeben. Haben Sie das Gefühl, genau solche Botschaften kommen auch verfangen? Grundsätzlich ja. Sie dürfen ehrlich sein heute. Ja, ich bin ehrlich. Nein, bei einigen Punkten, also dass jetzt sozusagen abstrakt Gleichstellung wichtig ist, dass die Rollenverteilung sich ändern muss, da sagt natürlich niemand was dagegen. Der Wille jetzt beim Ehegattensplitting konkrete Schritte zu gehen, da traut sich niemand. Das muss man so sagen. Das ist aber zumindest sehr, wird unterschiedlich aufgenommen. Manche sind dann offen dagegen, manche sind dafür. Aber dass sozusagen jetzt da man Bewegung sehen würde, das ist nicht der Fall. Aber ich finde schon jetzt, was man sieht, der Mindestlohn hat doch zum Beispiel auf die Bruttoeinkauf, die Markteinkommensverteilung einen Effekt gehabt. Die ist deutlich gleichmäßiger geworden. Dann muss man erwarten, dass, wenn weiter Arbeitskräfteknappheit besteht, dass jetzt die Marktkräfte auf jeden Fall in die Richtung drücken. Ich habe mir sagen lassen, dass bei manchen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen das noch nicht so richtig angekommen ist, dass sozusagen auch ein Mentalitätswandel, wenn man also sich noch von vor 10, 15 Jahren in einer ganz wahnsinnig starken Position befunden hat, dass es sehr lange dauert, bis man realisiert, dass man da irgendwie vielleicht auf die Beschäftigten mal zugehen muss oder auf potenzielle Arbeitskräfte. Aber gehen wir davon aus, das wandelt sich. Und ich glaube, ein Punkt, den man nicht, auf keinen Fall unterschätzen darf, der aber häufig unterschätzt wird, gerade von Ökonomen und Ökonomen, ist die Tarifbindung. Denn die Marktkräfte allein werden es ja nicht leisten. Genau wie man Mindestlohn unten brauchte, ist, glaube ich, für eine gleichmäßigere Markteinkommensverteilung Tarifbindung absolut zentral. Und wenn man sozusagen, wenn man die Marktkräfte da nutzt, wenn man da die richtigen auch tarifpolitischen Rahmenbedingungen nutzt, dann sehe ich, dass sie in eine gute Richtung laufen. Und wenn das Geschlechter von der Geschlechterverteilung her auch noch weiter positiv läuft, dann bewegen wir uns schon in eine sehr gute Richtung. Bettina, aber ich meine, Tarifbindung ist ja nun gerade irgendwie die Krux. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das flutscht. Ja, so kann man das sehen. So kann man es auch sehen. Ja, in the long run ganz sicher. Gleichzeitig, darauf weist Thorsten Schulten, immerhin gibt es schon auch Gegenbewegungen. Also wir haben gerade ein Projekt zur Fleischindustrie, wo es Versuche gibt der Reorganisation. Wir hatten ganz gute Abschlüsse jetzt bei, in der Systemgastronomie ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Aber das heißt, es gibt schon auch sozusagen, also ich würde nicht sagen, dass sozusagen zwingend der Weg nach unten ist. Aber ich glaube schon, weil die Frage, die es ja gab, war, schafft der Fachkräftemangel eine, stärkt es letztlich die Verhandlungsmacht der Beschäftigten? Das war die Frage. Und da würde ich sagen, das ist im Übrigen auch Thema unseres Herbstforums in genau einer Woche unter dem Thema Mangelmacht und Gegenmacht, Fachkräftemangel. Und ohne jetzt den Debatten vorwegnehmen zu wollen, ist es, glaube ich, eine Frage von Strukturen. Also Tarifbindung ist eine, aber auch die Frage zum Beispiel Voraussetzung dafür, dass Frauen am Arbeitsmarkt teilhaben können, Kinderbetreuung und so weiter und so weiter. Das sind Strukturen, die es schon braucht, sodass ich nicht glaube, dass das automatisch passiert, aber dass es schon sozusagen Möglichkeiten eröffnet. Und diese wirklich dann doch auch von bestimmten Seiten aggressive Debatte gegen die Erhöhung des Mindestlohns erfolgreich, gegen die Erhöhung des Bürgergeldes nicht so erfolgreich, hat für mich was damit zu tun, dass es darum geht, weil das ist natürlich, wenn man niedrigen Mindestlohn hat, einen hohen Niedriglohnsektor, wenn man geringe soziale Mindestsicherungen hat, dann bringt es natürlich Druck auf die unteren Lohngruppen, ganz klar. Und ich erlebe diese doch aggressive Debatte um diese beiden Themen als eine zugespitzte Auseinandersetzung, weil ich schon das Gefühl habe, dass die Arbeitgeberinnenseite auch merkt, dass sich da tatsächlich gerade was verändert und dass bestimmte Machtinstrumente, die sie hatten, ihnen vielleicht auch verloren gehen. Aber ich würde sagen, wir sind da gerade mitten in Auseinandersetzung, wie die Sache ausgeht, ist noch nicht klar. Ich kann auch noch was Wichtiges vielleicht hinzufügen. Dass wir ja auch bei der Plattformökonomie Fortschritte machen und angesichts der Ausbreitung von Plattformökonomien dann diese Fair-Work-Initiative, die doch zu Veränderungen führt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir ja nicht nur mit den traditionellen Berufsgruppen bearbeiten. Ich habe jetzt ein paar Mal, ist dieser Begriff, Sie haben es auch jetzt gerade gesagt, sich trauen. Also man traut sich nicht, an bestimmte Themen vielleicht auch heranzugehen. Nun haben wir auch im Verteilungsbericht den Zusammenhang von Armut, mangelndem Vertrauen, haben wir jetzt auch gerade schon in politische Institutionen gesprochen und die Gefahr für die Demokratie, weil auch, das geht aus verschiedenen anderen Studien auch hervor, sozusagen die Frage von Armut und oder mangelnder Bildung auch mit der Frage, gehe ich zur Wahl oder nicht. Also das hat eben diese Konsequenzen. Und ich meine, da würde mich jetzt nochmal interessieren, glauben Sie, dass der Zusammenhang politisch schon hergestellt wird zwischen sozusagen Verteilungsfragen und der Frage von Wahlen und Gefahr an die Demokratie, also dass die Demokratie in Gefahr ist, weil zu wenig oder antidemokratisch gewählt wird. Also dass da dieser, dieser auch ja durchaus unmittelbare Zusammenhang, dass der schon stark genug diskutiert und erkannt wird. Also Bettina oder Jutta? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir schon ziemlich sehr, sehr hohe Medienresonanz hatten zu diesem Thema, was für mich jetzt erstmal zeigt, dass es einen Debattenraum gibt, um mal dieses Wort zu benutzen. Der, der genutzt werden kann. Es gibt, also das ist, also diese Annahme ist, glaube ich, schon in vielen Köpfen drin. Die Frage ist eben genau, führt das zu politischem Handeln? Und da, da leben wir einfach im Moment unter einer politischen Konstellation, die all das schlicht, also sich selber da auch blockiert an bestimmten Fragen. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber es gibt da sicherlich, so habe ich die Diskussion jetzt auch, wir hatten da viel Pressearbeit wahrgenommen, breites öffentliches Bewusstsein für diesen Zusammenhang. Ich würde sagen, dass der Zusammenhang so klar ja nicht ist. Wenn man sich jetzt die AfD-Wählerschaft anschaut, sieht man ja kaum hohe Korrelationen zwischen Bildung oder zwischen Einkommen und AfD, sondern das schneidet sich ja durch andere Dinge. Deshalb hatte ich vorhin kulturelle Fragen angesprochen. Lokalpressen machen ganz viel die Basisarbeit innerhalb des Kleinen, wo man lebt und nicht jetzt des Nationalen, geschweige denn des Europäischen. Und es ist die Frage, wer wo wohnt, wie viele andere Leute dort wohnen. Also diese ganze Abwanderung in Ostdeutschland in einzelnen Bezirken hat sehr viel mehr zur AfD-Wahl beigetragen, als jetzt das Einkommen oder die Bildung. Insofern müssen wir da, glaube ich, tatsächlich noch viel bessere Daten und auch Datenzusammenführungen haben, um viel besser zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und wir haben lange genug, glaube ich, das Monokausal bezogen auf Einkommen und Bildung und haben es damit, glaube ich, anderen leicht gemacht und nicht schwer gemacht. Also insofern sehe ich da ganz viel noch Forschungsbedarf. Und ich habe vorhin dieses ganz Merkwürdige, also das war ja ein Zufall, dass wir mal auf Dialekte eingegangen sind und uns gefragt haben, wie ist AfD-Wählerschaft mit den Dialekten und der Stärke des Dialekts verbunden. Und dieser Einfluss ist viel größer als der Einfluss von Bildung. Also das ist einfach dieses Gefühl, nicht mehr zum Mainstreaming dazuzugehören. Und dieses Abgehängtsein ist sozusagen eigentlich ein ganz schönes Wort, muss aber viel multidimensionaler gefasst werden, als wir es im Moment tun. Die Wahlbereitschaft hängt ja damit zusammen, aber die Wahlbereitschaft, die geht ja weniger, oder die tatsächliche Wahlbeteiligung, die geht ja weniger runter, als sozusagen die Wahlbeteiligung für andere nichtdemokratische, wie ich es jetzt ausdrücken würde, Parteien. Also wenn ich nochmal so, tatsächlich stimmt es, dass Einkommen nicht alleine, oder dass es Dinge gibt, die es nochmal stärker erklären, vor allen Dingen dann, wenn man Einstellungen mit reinnimmt und Einkommen, aber es liegt auch daran, dass Einkommen und Einstellungen einfach sehr stark korrelieren. Also das ist auch so ein bisschen ein methodisches Problem. Ich glaube aber trotzdem, dass Ungleichheit diesen Effekt tatsächlich hat. Aber Ungleichheit hat halt viele Dimensionen. Es geht um die Verteilung von Ressourcen. Und wir haben uns zum Beispiel, wir untersuchen das ja sehr intensiv in unserem Lebenslagenprojekt, und gucken uns da Dimensionen sozialer Integration an. Und dazu gehört die materielle Integration, dazu gehört das, was ich schon genannt habe, soziale Anerkennung, der auch sein kann, irgendwie keiner redet mehr bayerisch mit mir oder so. Das kann auch ein Verlust sozialer Anerkennung sein. Und das ist, glaube ich, was wir wirklich mehr reden müssen, demokratische Teilhabe. Also deshalb habe ich das eben auch gesagt, die Verteilung von demokratischer Teilhabe, das ist auch eine Verteilungsdimension. Weil tatsächlich natürlich Menschen mit weniger Bildung und weniger Einkommen schon auch andere, auch demokratische Teilhabemöglichkeiten haben. Aber deshalb fokussieren wir uns auf den Arbeitskontext, weil das ein Ort ist, wo demokratische Teilhabe stattfindet. Und das alles erklärt, also diese Dimensionen sozialer Integration und Desintegration erklärt, warum Menschen sich abwenden von der Demokratie. Und ich finde, das sind auch Dimensionen von Ungleichheit. Ich will da noch eines dazu fügen, was dein Argument stützt. Also was wir natürlich sehen, wo die Zusammenhänge groß sind, sind intergenerationale und intragenational Verluste. Also wenn ich absteige im Vergleich zu meinen Eltern, das ist etwas, was in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern gar nicht geht irgendwie. Und wenn es stattfindet, dann wird das anders wahrgenommen, als wir es in anderen Kulturen wahrnehmen. Und wenn wir, und darauf hast du ja dankenswerterweise ganz am Anfang hingewiesen, wenn wir ein Rentensystem schaffen, was nicht mehr den Lebensstandard hält, aber Altersarmut in einer gewissen Weise vermeidet, dann ist das ein zweischneidiges Ding in Deutschland. Ja, weil wir alle sozusagen auf die Kontinuität dessen aus sind, was wir haben und nicht unbedingt auf Gleichheit. Was da nochmal die Achse aufbringt, was ist eigentlich Ungleichheit? Und was ist sozusagen eine persönlich erlebte Ungleichheit? Und das sind zwei vollständig unterschiedliche Konstrukte. Ja, kann ich bringe das in? Oh, you brought up Franz, yes, just a couple of minutes ago. Well, you responded so well. Ja, ja. I still don't know what's the show with Malais. Well, there is one. We don't know what it is, but it is one. But let me, this is a huge topic, and I don't have a particular expertise, so we can discuss it. But let me bring up, actually, I was at a discussant of Piketty and Julia Caget's new book. It's called Le Conflict Politique en France, and it actually covers 200 years of French electoral history. It's an enormous book. It's like, you know, 800 pages, and it's printed in color, so you really need somebody to do practically two people to carry it because the paper is very thick. And nevertheless, it's an incredible source of data because they study at a communal level characteristics of communes over 200 years, education, age, gender. These are not surveys, so they actually simply have information about the income, education, gender at a communal level, 3,600 communes. Now, the interesting part, and I'm not sure whether the theory can be sort of of, I mean, the study could be possibly replicated in some parts elsewhere, including Germany, but their point is the following. Their point is very simplified. After World War II until 1980s, you have the division into two groups, essentially social, democratic, and communist on the one side, and the conservative, they put Gaulists, and in the past, and everybody else on the other side, and they believe that actually that bipolarism, or what they called bipartitioning, was actually good for social democratic side because they were more numerous and they were able to follow policies that they liked. Now, they say after that 1980, there was an interesting split in France, which may be replicated in Germany. Their argument is that the groups that were then on the left got divided between the rural groups, which is France Profonde, which votes now not on the left, and the working class, which gradually has become really service sector oriented in the urban areas. So they've been de-industrialized and replaced by service sector workers. On the other hand, the bourgeoisie has remained unified. So they believe that in a three, what they call three partitioning, in a three partitioning, it becomes very difficult for the left to win because the bourgeoisie, urban bourgeoisie, allies themselves with one of the two. In the French case, probably France Profonde. In any case, I think it's an interesting view of sort of looking at the sociological background of these political changes. So I'm sure the book will be translated in German, but of course, methodology could be quite applied, I think, in the German case. But they have such a theoretical status. Herr Druga, an Sie die letzte Frage. Sie haben dieses Sich-Trauen eben erwähnt. Welche Zukunft sehen Sie der Verteilungsfrage und der Ungleichheitsfrage politisch, welche Zukunft sehen Sie da? Wird das noch mehr diskutiert werden und sozusagen in politische Strategien auch noch mehr Einfluss halten? Oder was für eine Konjunktur sehen Sie da für die Verteilungsfrage? Gut, das geht jetzt eher in Richtung Prophezeiung. Sie sind ja ein Wirtschaftsweiser. Ja, genau. Gut, dann muss ich da jetzt durch. Ich finde das Wort weise einfach so schön. Ja, wir haben uns nicht ausgesucht. Nein. Also, ich glaube, es soll eine wichtige Rolle spielen und ich hoffe, dass es so sein wird. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich glaube, wir sind ein bisschen an so einem Scheideweg, wo es unklar ist, wie es weitergeht. Ich wünsche mir, dass jetzt nicht erst die Verteilungssituation viel schlechter werden muss, damit es dann wieder ein Thema wird, wogegen man mobilisiert, sondern dass es so bleibt, wie es ist und wir uns einfach progressiv dann weiterentwickeln, weil es einfach ein Megathema ist. Ich habe schon in anderen Kontexten mal immer gesagt, dass Verteilung ist ein Megathema wieder geworden und das ist eigentlich grundsätzlich etwas, was mobilisieren kann und zwar nicht nur in der Abwehrhaltung, sondern positiv, weil man an ganz vielen, also das Schöne ist, es braucht nicht das eine Instrument, sondern es gibt ganz viele Stellschrauben, wo man je nach politischer Konstellation dran drehen kann und die alle insgesamt in eine progressive Richtung weisen. Und wenn man sozusagen, wenn da es genug politische Mehrheiten gibt, die sozusagen das bereit sind zu nutzen und die auch von sozialen Bewegungen gestützt werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich auch politisch weiter umgesetzt wird. Und das mit dem Trauen will ich vielleicht nochmal ein bisschen relativieren. Ich glaube, also das muss man ein bisschen vorsichtig sein, ganz häufig ist es so, dass unterschiedliche Menschen sich unterschiedliche Dinge wünschen. wenn man immer nur sagt, die Politik traut sich nur gerade wieder nicht, das zu machen, was ich mir wünsche. Also da muss man ein bisschen sehr vorsichtig sein, weil das geht dann auch leicht in die Richtung, dass man Politikverdruß erzeugt. Und das will ich auch nochmal sagen, es hat in der Vergangenheit das häufig gegeben, dass der Sachverständigenrat sich sehr öffentlich hingestellt hat und die Politik quasi angeprangert hat und gesagt hat, was sich alles falsch machen und was man mahnen und warnen muss und was nicht geht und um Himmels Willen und was jetzt endlich sich ändern muss. Und das ist auch nicht die Aufgabe von Wissenschaft. Also es ist so, wir sind ja keine Ersatzregierung. Wir haben auch nicht die politische Verantwortung zu tragen. Deshalb soll man vor den demokratischen Institutionen und den Parteien Respekt haben. Wir können halt die Argumente liefern. Wir können sagen, was wir für richtig halten, aber entscheiden müssen die. Und wenn die Argumente gut sind und wenn man da gut organisiert, dann bekommt man was umgesetzt. Aber sozusagen in allgemeinem Politikverdruß zu schüren, würde ich für absolut fatal halten, gerade in der Situation, in der wir jetzt sind. Und deshalb da nochmal ganz wichtig, das klarzustellen. Das große Interesse sozusagen am Verteilungsbericht einerseits, was Bettina Kohlrausch geschildert hat und das große Interesse sozusagen an dem Gutachten, das deutet ja schon mal darauf hin, dass da sozusagen auch viele Fragen auf fruchtbaren Boden fallen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Runde zu den großen Themen, die wir sicherlich nur häppchenweise aufpicken konnten, aber glaube ich, die Zusammenhänge zwischen ganz vielen Themen herstellen können, die alle mit den Fragen von Ungleichheit und Verteilung zusammenhängen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.